Hallo und herzlich willkommen zur deutschsprachigen Version von Code for Thought. In dieser letzten Folge vor Weihnachten von Code for Thought geht es in die nordbayerische Stadt Erlangen. Genauer gesagt an das Rechenzentrum der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Ich habe mich nämlich dort mit Dr. Georg Hager, dem Leiter des Trainings- und Support-Teams des Rechenzentrums getroffen, um mich mit ihm über die Entwicklung von Hochleistungsrechnern zu unterhalten. Das war nicht gerade ein Zufall, denn Georg Hager hatte im Frühjahr 2024 auf einer Tagung in Paris einen sehr interessanten Vortrag über die Geschichte von sogenannten Supercomputern gehalten und dabei auch einen kleinen Ausblick gegeben, wie es denn in der Zukunft weitergehen könnte. Aber in unserem Gespräch geht es nicht nur um die technischen Herausforderungen von Hochleistungsrechnern, sondern auch um die Software, die dafür entwickelt werden muss und wie man Personal dafür finden kann, wie ihr in der folgenden Aufzeichnung hören könnt. Hallo, vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Hager. Wir hatten uns ja in Paris getroffen auf diesem Seminar, Kalkül nannte sich das, glaube ich, zum 20. Jahrestag. Genau. Grupp Kalkül. Grupp Kalkül, genau. Kannten Sie da jemanden? Ich kannte jemanden, der früher mit mir in einem EU-Projekt zusammengearbeitet hat, der das Projekt dann verlassen hat und der hat mich auch eingeladen zu der Veranstaltung. Ah ja, okay. Und Sie hatten ja einen sehr interessanten Vortrag gehalten, aber bevor wir darüber reden, vielleicht können Sie sich kurz selber vorstellen. Ich bin Leiter der Gruppe Training & Support hier am Erlanger Zentrum für nationales Hochleistungsrechnen, das an der FAU, an der Friedrich-Alexander-Universität Erlanger-Nürnberg, angesiedelt ist. Und dieses Rechenzentrum kümmert sich um alle Belange des Hochleistungsrechnens an der FAU. Also alles, was mit Supercomputern zu tun hat und mit den dazugehörigen Services, die Beschaffung der Rechner, auch die Betreuung der Benutzer und das Training und die Softwarebereitstellung, das machen alles wir. Und ich leite eben da die Gruppe für Training & Support. Und wie lange machen Sie das schon? Das Zentrum existiert offiziell erst seit 1. Januar 2021. Aber ich bin schon seit dem Jahr 2000 hier am Regionalen Rechenzentrum angestellt. Ursprünglich als Projektmitarbeiter, dann in der Beratung für Anwände im Hochleistungsrechnen und dann als 2021 dieser NHA-Verein gegründet wurde, die neun deutschen Rechenzentren, die bundesweit Rechenzeit bereitstellen. Da wurde ich eben Gruppenleiter im NHA-Zentrum hier in Erlanger. Ah ja, vielleicht können wir darüber auch ein bisschen reden, weil das fände ich auch ganz interessant. Es gibt hier die Nationale Forschungsdateninfrastruktur. Das ist aber unabhängig davon. Ja. Und das ist ein nationales Rechenzentrum. Sind das mehrere Zentren verstreut über Deutschland, die dann Rechenzeit zur Verfügung stellen? Es nennt sich NHA-Verein, Verein für nationales Hochleistungsrechnen. Und diese neun Zentren waren ursprünglich Hochschulrechenzentren, die entweder die lokale Hochschule oder eben einen erweiterten Versorgungsbereich, vielleicht auch das ganze Bundesland versorgt haben mit Hochleistungsrechen, Kapazität und Services. Und dieser NHA-Verbund wurde etabliert, um sozusagen noch eine mittlere Ebene einzufügen, zwischen den großen Rechenzentren in Garching, Stuttgart und Jülich, die auf bundesdeutscher und europäischer Ebene Dienste bereitstellen, und den lokalen Rechenzentren, die nur den lokalen Versorgungsauftrag haben. Und das Funding ist teils vom Land, teils vom Bund. Und dadurch wird eben auch ein Teil der Rechenzeit bundesweit abgegeben, aber ausschließlich für akademische Zwecke, also an Universitäten. Weil Rechenzentren gab es natürlich auch schon vor 2029. Ja, natürlich. Weil ich kann mich noch selber daran erinnern, als ich hier in Erlangen war. So in den 80ern gab es auch schon mal Rechenzentren. Aber in dem Vortrag in Paris haben Sie ja mal so einen Überblick geschaffen über die Entwicklung der High-Performance-Computing, dieser Hochleistungsrechner. Und heute verbindet man damit vielleicht Grafikkarten, die GPUs, aber das war ja nicht immer so. Und wie fing das denn an, mit diesen Hochleistungsrechnern, mit welchen Architekturen? Also die Rechner, die man als erstes als Hochleistungsrechner bezeichnen konnte, das fing so in den späten 60ern, Anfang der 70er an. Seymour Cray, der später seine eigene Firma gegründet hat, man kennt vielleicht Cray Supercomputer noch aus der guten alten Zeit, so 70er und 80er, der hat bei Control Data gearbeitet und dort Rechner entwickelt, die ihrer Zeit und ihrer Technologie so weit voraus machen, dass man sagen konnte, das ist ein System, was vielleicht ein Faktor 10 schneller ist als alles andere, was es gerade gibt. Und das konnte man sozusagen mit Fug und Recht dann als Supercomputer bezeichnen. Das war die Control Data 6600 in den 60ern. Wir hatten hier in Allerhangen tatsächlich seit 1968 einen kleinen Bruder davon, von Control Data die 3300. Und Teile davon stehen noch hier im Museum, kann man also begutachten. Ach, tatsächlich? Ja, okay, dann muss ich die Zeit nochmal nutzen, um da reinzugehen. Können wir auch nachher anschauen. Ja, nee, das würde ich gerne sehen, ja. Wodurch zeigen die Rechner sich denn überhaupt aus? Was macht es denn zum Superrechner? Dafür gibt es natürlich unterschiedliche Definitionen. Es gab eine Definition, die sehr populär ist, von Neil Lincoln, der auch bei Control Data gearbeitet hat und der hat gesagt, ein Supercomputer ist ein System, das immer eine Generation oder einen Schritt langsamer ist, als das, was die, sagen wir mal, die Top, die Bleeding-Edge-Anwender benötigen. Also ein Anwender, der wirklich viel Rechenzeit benötigt und hochkomplexe Probleme lösen muss, der findet keinen Rechner. Und den Rechner, den er benutzen muss, obwohl der zu langsam ist, das ist dann ein Supercomputer. Also das ist ein bisschen so eine, ja, seltsame Definition. Es ist eine esoterische Definition, aber es kommt hin, weil es gibt immer diese Top, natürlich die Top-Nutzer, die so weit voraus sind oder solche Pläne haben, solche Rechenaufträge haben, die man einfach mit der aktuellen Technologie nicht lösen kann. Und es gibt natürlich auch jede Menge, in Anführungszeichen, normaler Wissenschaftler, die mit weniger Rechenleistung auch zufrieden sind. Also es gibt da ein sehr breites Spektrum. Die Systeme, die in den Top Ten weltweit sind, das sind Systeme, die an den amerikanischen National Labs zum Beispiel stehen. Darauf laufen hauptsächlich Programme, die das System auch ordentlich nutzen können. Also die in einem speziellen Fall eben auch skalierbar sind. Das heißt, das Programm muss in der Lage sein, auch auf Tausende und Hunderttausenden von Prozessoren effizient die Hardware zu nutzen. Aber wie gesagt, weit unten ist es ein breites Spektrum. Wir in Erlangen haben Systeme, die so in der Liste der 500 schnellsten Rechner weltweit irgendwo zwischen 100 und 400 liegen momentan. Ja, ganz grob. Das natürlich ändert sich das jedes Jahr. Im Mittelbereich. Weil natürlich oben immer mehr Systeme reinkommen und dann fällt man halt unten raus irgendwann. Kann man nicht verhindern. Und im Prinzip, die Architektur, die heutzutage Supercomputer haben, sind immer sogenannte Cluster. Das heißt, man hat eine größere Menge von identischen Systemen. Ein System ist immer ein Computer, auf dem ein Betriebssystem läuft, Linux im Normalfall. Und die sind durch ein Netzwerk, ein Hochgeschwindigkeitsnetzwerk gekoppelt. Und das ist eigentlich die Architektur. Und die wesentlichen Unterscheidungsmerkmale, was einen Top-Supercomputer von einem Brot-and-Butter-System unterscheidet, ist einerseits das Netzwerk. Also ein schnelles Netzwerk ist schon entscheidend für manche Applikationen, die viel kommunizieren müssen. Und andererseits der Einzelknoten, der Rechenknoten, auf dem so ein Linux läuft, dann zum Beispiel aussieht. Und da gibt es eben, wie Sie schon erwähnt haben, die Unterscheidung habe ich im CPU-System. Das CPU-System ist im Prinzip nichts anderes wie ein PC, mit ein oder zwei Prozessoren typischerweise, die mehrere Kerne haben. Ein bisschen mehr Kerner als der Laptop, aber im Prinzip ist von der Systemarchitektur kein großer Unterschied. Oder man hat GPU-beschleunigte Systeme. Heutzutage sind GPUs the way to go für Beschleunigung. Es gab viele Ideen über die Jahrzehnte, wie man andere Beschleuniger bauen kann. Es gibt auch heute noch Alternativen, so 11 PGA's. Aber die dominante Architektur für Beschleuniger, das sind Grafikkarten. Aber jetzt wollen wir nochmal ein bisschen zurückblättern in die Vergangenheit. Es gab ja dann irgendwann mal auch die Vektorrechner. Und ich glaube, Cray hat ja da auch einige hergestellt. Wodurch zeichnen die sich denn aus? Und was ist überhaupt ein Vektorrechner? Und warum sind die irgendwann mal verschwunden? Ich weiß nicht, ob sie ganz verschwunden sind oder ob es die noch gibt. Aber die waren dann mal ganz groß, ich glaube, in den 70ern oder 80ern. In den 70ern und 80ern meinte man eigentlich mit Supercomputer einen Vektorrechner. Vektorrechner sind Computer, die, ich würde mal sagen, aus meiner Sicht zwei definierende Eigenschaften haben. Sie arbeiten mit Operanten, die nicht Einzelwerte sind. Also wenn ich zwei Werte addiere, A und B, bekomme ich ein Ergebnis C. So arbeitet ein normaler Computer. Ein Vektorrechner arbeitet auf Vektoren von Operanten. Das heißt, ich habe zum Beispiel ein Feld von 64 Werten und ein zweites Feld von 64 Werten und der Vektorrechner kann die mit einer einzigen Instruktion addieren. Das ist eine definierende Eigenschaft. Man nennt das auch SIMD, Single Instruction Multiple Data. Und man hat ein bisschen gebraucht, so Ende der 60er, Anfang der 70er, um dieses Konzept so umzusetzen, dass es auch Performance bringt. Das war sehr schwierig. Es gab auch Vektorrechner vor Cray. Was waren denn die Schwierigkeiten? Die Schwierigkeit ist, dass das Konzept zwar gut aussieht, aber sie müssen auch die Arbeit organisieren. Also wenn sie da 64 Additionen mehr oder weniger gleichzeitig oder in der Praxis eher gepipelined durchführen wollen, dann muss das richtig organisiert sein. Die Daten müssen in den Computer erstmal rein vom Hauptspeicher. Das ist das Hauptbottleneck. Dann muss die Rechnung durchgeführt werden und dann müssen sie auch wieder raus. Und diese Schritte müssen zum Beispiel in geeigneter Weise überlappt werden. Man kann sich nicht leisten, die Daten reinzuladen, um so lange nichts zu tun und dann die Daten zu addieren und dann später herauszuschreiben. Das muss alles in gewisser Weise überlappt werden. Man nennt das Pipelining. Und das effizient hinzukriegen, war eine der Herausforderungen. Auch die Compiler waren ein Problem. Also das Programm, das das Hochsprachenprogramm in einer Sprache wie Fortran zum Beispiel übersetzt in die Maschinensprache, der muss in der Lage sein, diese Konzepte aus der Hochsprache effizient zu übersetzen in die Maschineninstruktionen. Auch das war ein großes Problem. Und Cray hat eben auch seine Erfahrungen bei Control Data und auch von anderen Rechenherstellern damals gelernt. Und mit seiner eigenen Firma, mit der Cray 1, ich glaube, das war 1976, das erste Mal einen Vektorrechner hinbekommen, der wirklich weit voraus war seiner Zeit und auch die Effizienz hatte, um die Performance, die er theoretisch hat, auch auf den Boden zu kriegen. Die zweite Eigenschaft von so einem Vektorrechner jenseits dieser Datenparallelität ist eine sehr hohe Bandbreite zum Hauptspeicher. Das heißt, wie schnell kann die CPU Daten mit dem Hauptspeicher austauschen? Und da waren die Vektorrechner immer im Vergleich zu, in Anführungszeichen, normalen Systemen sehr weit voraus. Das Wichtige war, diese Vektoreigenschaft zu benutzen. Und wenn man das konnte, dann konnte der Vektorrechner auch seine Stärke, was hauptsächlich die hohe Memory-Bandbreite war, auch ausspielen. Und dann war man gut. Aber das spielt ja auch heute noch eine Rolle. Das Memory braucht man ja auch heute noch. Aber es gab ja dann irgendwann mal einen Übergang zu Clustern. Und ich glaube, Sie hatten in dem Vortrag auch Beowulf erwähnt. Das war, glaube ich, irgendwie Pile of PCs, also ein Haufen von PCs. Wie kam es denn überhaupt dazu? Man hat natürlich Möglichkeiten gesucht, in den 90ern ein bisschen wegzukommen von diesen sehr teuren Supercomputern, die eigentlich eher so custom-made waren. Also es war jetzt kein Massenprodukt, sondern wenn ein Supercomputer installiert wurde, dann hat man erst mal ein paar Monate verbracht, das Ding zum Laufen zu kriegen. Und es war generell sehr teuer, hat viel Personal verursacht und so weiter. Und in den 90ern kamen PCs auf mit Prozessoren von Intel und AMD, wo man gesehen hat, der Prozessor ist eigentlich gar nicht so schlecht. Er kann nicht mithalten mit einem Vektor-Computer von Cray. Aber wenn ich davon vielleicht 100 nehme, dann schon. Und man hat damals schon gelernt gehabt, wie man solche Systeme koppelt, um parallel zu rechnen. Und dieses Beowulf-Konzept heißt im Prinzip, dass man in Anführungszeichen einfache, billige Systeme nimmt, PCs im einfachsten Fall, mit einem sinnvollen Netzwerk koppelt, das nicht allzu langsam ist, und darauf dann parallele Rechnungen durchführt. Und der Erfolg basierte darauf, man hat gesehen, dass solche Systeme eigentlich gut genug sind für viele Anwendungen. Es gab immer noch Anwendungen, die vom Vektor-Konzept profitieren konnten und von wirklichen Supercomputer-Architekturen. Aber viele Anwendungen konnten mit dem Beowulf-Konzept, also vernetzte Workstations, ganz gut leben. Speziell, wenn man das Netzwerk eben nicht nur Ethernet, was jeder PC hat, gewählt hat, sondern eben ein bisschen was Besseres, was es damals auch schon gab, Ende der 90er. Ah ja, was war das? Also das erste Hochgeschwindigkeitsnetzwerk, was so populär wurde im Cluster-Bereich, war Myrinet. Und heutzutage hat man im Prinzip ausschließlich InfiniBand. Das ist die Technologie, die heutzutage eingesetzt wird im Cluster-Bereich. Und von dem PC-Cluster zum GPU-Cluster, wie kam es denn da zu dieser Weite? War das eine logische Konsequenz von dem PC-Cluster oder gab es dann irgendwie Brüche oder wie kann man sich das vorstellen? Im Prinzip von der globalen Architektur ist ein GPU-Cluster nicht anders als ein PC-Cluster. Sie haben immer noch Knoten, die mit dem Netzwerk verkoppelt sind. Das Unterscheidungsmerkmal ist die Knotenarchitektur. Jetzt hat man also nicht nur CPUs auf dem Rechenknoten, sondern auch eine CPU oder zwei CPUs und dann noch ein oder mehrere GPU-Beschleuniger. Und das ist das Unterscheidungsmerkmal. Natürlich kann man nicht einfach die Performance von so einem Rechenknoten massiv erhöhen, indem man da GPUs einbaut, ohne irgendwas am Netzwerk zu machen. Irgendwann wird dann das Netzwerk zum Flaschenhals und das wird nicht mehr skalieren. Deshalb muss man auch das Netzwerk entsprechend mit ausbauen, höher skalieren. Aber das geht mit verfügbarer Technologie eigentlich ganz gut. Jetzt wollen wir noch mal ganz kurz über die Speicherbandbreite reden, wie sich die entwickelt hat. Wie wurde das Problem denn gelöst? Also die Speicherbandbreite ist immer ein Problem. Es gibt immer Algorithmen, die massiv von der Geschwindigkeit des Datentransfers zwischen der CPU oder der Recheneinheit, kann auch die GPU sein, und dem Hauptspeicher abhängen. Das heißt, für viele Applikationen ist es immer ein Bottleneck. Die GPUs haben naturgemäß eine höhere Speicherbandbreite als CPUs. Also wenn man so vergleicht, das hängt natürlich ein bisschen von der konkreten Generation ab, die man vergleicht, aber über die Jahre so ein Unterschied zwischen der Speicherbandbreite von einem Faktor, sagen wir mal 5 vielleicht, zwischen der GPU und dem Host-System, also wo die CPUs drin sind, kann man so Pi mal Daumen ansetzen. Das heißt, wenn das Programm exklusiv von der Geschwindigkeit des Memory-Transfers abhängt, dann ist es auf der GPU fünfmal schneller. Und das liegt daran, dass GPU einfach aufgrund ihres Designs andere Schwerpunkte setzt. Es ist weniger eine Maschine für allgemeine Aufgaben, für General Purpose, wie wir sagen, wo alles Mögliche laufen kann, auch ein Web-Server oder sowas, sondern es ist für spezielle Workloads gedacht, die eine gewisse inhärente Parallelität haben. Im Prinzip ist das Arbeitsprinzip nicht so viel anders von einem Vektorkomputer. Man muss genügend Parallelität haben, um diese parallel verfügbaren Recheneinheiten noch auszunutzen. Und wenn ich das kann, kann ich auch die Speicherbandbreite ausnutzen. Das ist das große Problem bei GPUs, wenn das Problem zu klein ist oder zu wenig Parallelität hat, kann ich weder die massiv vorhandenen Recheneinheiten ausnutzen, noch die Speicherbandbreite. Und dann ist das Problem einfach nicht geeignet für die GPU. Dann kann man sich die GPUs quasi wie so kleine Mini-Vektorkomputer vorstellen. Aus der Vogelperspektive ja, kann man so sagen. Es ist im Detail anders umgesetzt, die Parallelität. Beim Vektorkomputer war es massive Datenparallelität. Eine Instruktion hat auf lange Vektoren von Daten gearbeitet. Das funktioniert ein bisschen anders. Die einzelnen Instruktionen, Iterationen einer Schleife werden auf sogenannte Threads abgebildet. Aber vom Arbeitsprinzip her ist es eigentlich nicht so unterschiedlicher. Viele Einheiten im System machen die gleiche Arbeit auf unterschiedlichen Daten. Und wie sieht denn jetzt die Entwicklung Ihrer Meinung nach aus? Also wo geht die Reise hin? Kann man das irgendwie überhaupt sagen? Bleibt es jetzt bei GPUs oder ist da schon irgendwie was anderes am Horizont? Voraussagen sind schwierig, vor allem über die Zukunft. Sehr schwer zu sagen. Also sind wir vielleicht von Moore's Law gehört, das so langsam sich dem Ende neigt. Die Strukturbreiten werden nicht mehr kleiner werden können, nicht mehr viel. Man hat jede Menge Tricks auf Lager noch, wie die Prozessorhersteller das noch ein bisschen pushen können. Aber wir sind so langsam am Ende angelangt. Und was man tun kann, um dieses Konzept noch ein bisschen weiterzutreiben, um auch Transistoren, die man vielleicht gar nicht einschalten will, ab und zu doch zu nutzen, ist, was man heutzutage mit Dark Silicon bezeichnet. Man baut Spezialeinheiten auf den Chip, die man vielleicht nur ab und zu mal braucht. Zum Beispiel Videodecoder und Encoder. Bei den Apple Chips zum Beispiel ist das ganz massiv implementiert. Da sind Einheiten drauf, die man vielleicht nur alle Judea mal braucht. Aber wenn man sie braucht, schaltet man sie ein und wenn man sie nicht mehr braucht, schaltet man sie wieder aus. Und sowas werden wir öfter sehen in Zukunft, auch im High-Performance-Computing. Wenn ich mir die aktuelle Entwicklung ansehe bei den Nvidia-Grafikkarten, hat man so das Gefühl, dass es nach oben keine Grenze gibt. Insbesondere, weil die Anwender und die Leute, die dann Systeme installieren, offenbar bereit sind, beliebige Preise zu zahlen. Vor 20 Jahren hat man noch gesagt, naja, ich mache einen Preis-Performance-Vergleich, ich habe verschiedene Anbieter und denen gebe ich dann meine Codes, meine Benchmarks und wer die beste Ergebnisse abliefert und das beste Angebot, der gewinnt. Und heutzutage kommt man eigentlich an Nvidia nicht mehr vorbei, zumindest in der aktuellen Situation. Es kommt so ein bisschen Konkurrenz von AMD, wir werden sehen, wie das läuft. Und was auch noch ein beschränkender Faktor war, war der Stromverbrauch. Man hatte luftgekühlte Systeme vor 20 Jahren zum Beispiel in Clustern. Also man musste ein gewisses Limit, konnte ein gewisses Limit an Leistungsabgabe nicht überschreiten, damit die Luft noch in der Lage war, diese Wärme abzutransportieren. Früher in den 70ern und 80ern hatte man bei den Großrechnern Wasserkühlung und es hat auch gut funktioniert, aber irgendwann hat man gesehen, dann in der Beowulf-Zeit auch, naja, mit Luft geht es auch. Und es ist billiger. Und es ist billiger und man ist dann dabei geblieben, heutzutage geht es nicht mehr. Also am oberen Ende ist Wasserkühlung Pflicht. Und es führt auch dazu, dass diese natürliche Grenze von, sagen wir mal, 150 Watt pro Prozessor, die ist gefallen. Heutzutage haben selbst CPUs Leistungsspitzen von 300, 400 Watt und bei GPUs nähern wir uns der 1000 Watt Grenze. Und das kriegt man nur noch mit Wasser weg, aber die Technologie ist weit genug fortgeschritten für die Wasserkühlung, um das auch durchzusetzen. Das kostet natürlich alles Geld. Auch die GPUs kosten Geld. Für so eine high-end, moderne high-end GPU kann man sich ein sehr schönes Auto kaufen. Aber die Leute sind bereit, das zu zahlen, weil speziell auch aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz ein so starker Druck, ein so starker Marktdruck herrscht, ein so starker Wunsch nach schnelleren Systemen, dass man einfach bereit ist, da zu investieren. Das finde ich ja ganz interessant, weil anfangs waren ja die Vektorrechner sehr, sehr teuer und man ging ja zu diesen PC-Clustern über, weil es ja auch ökonomischer war, weil es ja auch billiger war oder mehr kosteffizient. Und jetzt wischt man das quasi wieder ein bisschen zur Seite, weil das Geld da ist, um diese Hochleistungsrechner aufzurüsten. Wir sehen halt eine starke Diversifikation, sowohl in der Hardware als auch in der Software. Natürlich gibt es auch wissenschaftliche Anwender, die super Top-Notch-Forschung machen, die mit normalen CPU-Clustern wunderbar glücklich sind. Also die brauchen nicht diese massive Memory-Band-Breiter- und Peak-Performance-E-GPUs liefern. Das ist auch etwas, dass wir sehen, dass man, wenn man als Rechenzentrum ein ganzes Spektrum von wissenschaftlichen Arbeiten abdecken will, dann muss man eigentlich unterschiedliche Systeme vorhalten. Wir brauchen so ein kleines Brot- und Butter-System mit CPUs, das auch flexibel genutzt werden kann, auch mal nur ein einziger Rechenkern zum Beispiel, was lange Zeit nicht möglich war. Für die Leute, die halt eben nicht massiv parallele Rechenlast haben. Und dann das andere, für die zehn Anwender, die tatsächlich die höchstmögliche Rechenleistung brauchen. Und das ist nicht nur KI, aber es kommt jetzt sehr stark. Da braucht man eben GPU-Systeme mit ordentlich viel Speicher, ordentlicher Vernetzung. Auch sehr viel Storage, also Harddisks, um diese ganzen Daten auch abzulegen, die man da rein saugt und auch wieder rausspuckt. Ja, also die Entwicklung geht mehr oder minder dahin, dass man Rechensysteme zur Verfügung steht für verschiedene Anwendungen. Also für die Hochleistung wie KI, also die viel Ressourcen brauchen und dann für wissenschaftliche Anwendungen, die vielleicht mit weniger davon kommen. Und dann vielleicht auch noch irgendwelche Chips hat oder irgendwelche Rechenkomponenten hat, sagen wir mal so, die dann spezielle Aufgaben übernehmen können, die aber dann sehr effizient, aber die vielleicht nicht so häufig gebrauchen. Genau, das ist ein gutes Beispiel bei den modernen NVIDIA-Chips, Grafikkarten. Da gibt es sogenannte Tensor Cores. Die sind für normales wissenschaftliches Rechnen jetzt mehr so mittel geeignet. Es gibt schon ein paar Experimente, wo man so ein bisschen was nutzen kann, aber das ist dediziert für KI-Anwendungen gemacht. Das sind Beschleunigereinheiten, die speziell für KI sind. Wenn ich die nicht nutzen kann, nutze ich einen Teil der Chipfläche nicht. Benutze dann natürlich auch nicht, fülle nicht sozusagen die mögliche maximale Verlustleistung. Dann brenne ich halt nicht 1000 Watt, sondern nur 500 Watt. Auch nicht schlecht, weniger Strom zu verbrauchen. Aber das ist so ein Beispiel, wo halt Recheneinheiten für ganz besondere Anwendungen auf den Chip gebaut werden. Und das werden wir mehr sehen in der Zukunft. Und ein Thema ist ja auch ein bisschen die ökologischen Aspekte von diesen ganzen Hochleistungsrechnern. Und auch die Tatsache, dass einige Verwendungen oder einige Anwendungen auf diesen Rechnern laufen, die vielleicht gar nicht diese großen Leistungen brauchen. Und wie sehen Sie das denn irgendwie an Ihrem Rechenzentrum, wie denn die Nutzung von diesen Hochleistungsrechnern ist? Wird da mit Kanonen auf Spatzen geschossen oder werden die gut genutzt? Also ob das so ist oder nicht, hängt stark davon ab, wie stark man sich um die Workload kümmert, die die Benutzer so auf den Rechner bringen. Bei uns hier in Erlangen ist es so, dass wir ein sehr ausgefeiltes Monitoring-System haben. Das heißt, wir schauen ganz genau hin, was auf den Rechnern läuft. Ob die CPUs zum Beispiel, was immer dann darauf läuft, eine hohe Rechenleistung zeigen oder nicht. Oder ob die Memory-Barm-Reiter ausgenutzt ist oder nicht. Oder ob ein Benutzer, der sagt, ich brauche jetzt hier 100 Knoten, vielleicht nur einen davon benutzt, aufgrund einer Fehlkonfiguration, die vielleicht gar nicht absichtlich war. Also wir schauen das sehr genau hin und versuchen sicherzustellen, dass die Hardware auch effizient genutzt wird. Das heißt, wenn jemand sowas macht, absichtlich oder nicht, dann wird er von uns kontaktiert. Und wir bieten Hilfe an, freundlich sagen wir es mal. Höflich daran erinnert. Genau. Und die meisten sind da auch sehr glücklich drüber. Weil meistens ist er wirklich nicht absichtlich. Und wenn er dann sieht, dass er plötzlich zehnmal schneller oder zehnmal mehr Science rausbekommt aus seiner CPU-Zeitalokation, dann ist er sehr glücklich. Also beide Seiten profitieren davon. Wir machen die Systeme effizienter genutzt und der Endanwender hat seine Ergebnisse schneller. Man kann natürlich auch auf den Standpunkt sich stellen, was die Benutzer rechnen, ist mir egal. Und wenn es ineffizient ist, ist es halt ineffizient. Hauptsache die Systeme sind irgendwie belegt. Aber das ist hier nicht unsere Einstellung. Und ich denke, das ist auch die richtige Einstellung. Natürlich braucht es ein bisschen Personal. Es braucht auch Leute, die draufschauen können und die Daten, die vom System kommen, auch entsprechend interpretieren können. Für Softwareentwickler ist das ja auch ein bisschen schwierig, irgendwie da mitzuhalten. Also es gibt jetzt von den Vektorsystemen, gut, die gibt es wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Oder vielleicht gibt es noch ein paar Systeme, die da noch übrig geblieben sind, die ganzen PC-Cluster. Aber das sind ja auch verschiedene Architekturen. Wie können denn Softwareingenieure mit diesen ganzen Entwicklungen mithalten und Programme entwickeln, die auch effizient für diese Rechner zugeschnitten sind? Das ist ein schwieriges Problem. Wir versuchen dem Problem zu begegnen, indem wir Trainings anbieten, die eben speziell auch auf Performance getrimmt sind. Das heißt, um den Leuten beibringen, wie so ein Rechner aufgebaut ist und welche Designprinzipien in der Software ich anwenden muss, schon während der Entwicklung hoffentlich, um dann später das Beste aus der Hardware rauszuholen. Das ist oft nicht ganz so leicht, weil es gibt natürlich ein starker Trend in der Softwareentwicklung zur Abstraktion. Das ganz normales Studium beschäftigt sich im Wesentlichen mit Abstraktion. Und wenn ich was abstrahieren kann, was verpacken kann und das ist dann fertig, dann ist das gut. Im High-Performance-Computing ist das Problem, dass eine Abstraktion immer von mir etwas versteckt. Wenn ich also wissen möchte, wie meine Software mit der Hardware interagiert, muss ich so ein bisschen was von dieser Abstraktion aufbrechen. Und ich muss wissen, wo ich hinschauen muss, um zu beurteilen, macht die Software was effizient ist mit der Hardware oder nicht. Zum Beispiel sind deine Rechnerinheiten gleichmäßig ausgelastet. Oder benutze ich diese SIMD-Feature, diese Datenparallelität, die ein sehr großer Boost ist für die Peak-Performance. Wenn ich das nicht nutzen kann, verliere ich vielleicht einen ganzen Haufen Performance. Und ich könnte das mit einer einfachen Änderung meiner Software fixen. Aber solche Änderungen sind meistens auf den unteren Ebenen der Software. Wo so ein Entwickler vielleicht gar nicht reinschauen möchte. Und das ist tatsächlich ein Spannungsfeld, was schwierig ist. Und wir versuchen den Leuten da zur Hand zu gehen. Und auch so kleine Projekte aufzusetzen, wo wir zusammen mit dem Entwickler hier am Rechenzentrum ein paar Wochen zusammenarbeiten. Und versuchen, ihm oder ihr beizubringen, wie man richtig auf das Problem schaut. Aus dem Performance-Gesichtspunkt. Und wie man vielleicht mit einfachen Änderungen an den Datenstrukturen oder an der Parallelität sehr viel mehr Performance rausholen kann. Welche Technologien werden denn da verwendet? Ist das dann hauptsächlich C-Code oder C++? Oder gibt es dann andere Sprachen, mit denen man dann irgendwie hantieren muss? Also für lange Zeit war im High-Performance-Computing waren die dominanten Sprachen Fortran, C und C++. C++ wurde natürlich immer stärker in den letzten 20 Jahren. Das ist sehr populär. Auch deswegen, weil es halt sehr, sehr mächtige Abstraktionsmechanismen bietet. Das kann auch nach hinten losgehen, wie ich gerade erwähnt habe. Natürlich kommt in den letzten Jahren Python immer stärker. Und einige Zeit lang hat man den Fehler gemacht, alles in Python zu schreiben. Und Python ist halt für den Datenstrukturen jetzt nicht unbedingt dafür geeignet, High-Performance auf den Boden zu bringen. Es gibt aber mittlerweile Weiterungen von Python, die einem erlauben, auch im High-Level-Python-Code so zu schreiben, dass es effizient auf die Hardware abgebildet werden kann. Ist es dann Python oder ist dann unter der Oberfläche, verbirgt sich dann C++ oder C? Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann den High-Level-Python-Code, der sozusagen die Komplexität des Problems managt, den kann man in Python schreiben. Und unten drunter zieht man dann halt Bibliotheken, die in C und C++ oder auch in Fortran geschrieben sind, rein. Das ist eine Möglichkeit. Das hat man auch vor 20 Jahren schon gemacht. Da hat man C++-Code geschrieben, der die ganzen Komplexitäten handhabt. Und unten drunter war es halt Fortran oder irgendeine Library. Mittlerweile gibt es auch Just-in-Time-Compiler für Python, die sehr gut sind. Und die ich auch für GPU-Code nutzen kann. Also ich kann wirklich tatsächlich Code schreiben in Python. Das ist jetzt nicht mehr der Python-Code, den man lernt, wenn man als neuer Benutzer an Python herangetragen wird. Der muss schon ein bisschen mehr nach unten gehen mit den Datenstrukturen. Aber trotzdem ist es noch Python. Und der kompiliert auch für GPUs ganz gut. Ich wollte nochmal fragen, die Hersteller selber, wie zum Beispiel NVIDIA, bieten ja auch Software-Entwicklungsmethoden wie Coda an und die irgendwie einen näher an die Hardware ranbringen. Aber das ist ja dann auch wieder hardware-spezifisch. Das ist richtig. Wobei Coda ist ein guter Punkt. Coda wurde 2007 released, das erste Mal von NVIDIA. Leute haben schon vorher Grafikkarten zum Rechnen benutzt, aber das war umständlich. Da hat man halt so OpenGL zum Beispiel benutzt und das war nicht wirklich gemacht, um numerische Algorithmen auf die Grafikkarte zu bringen. NVIDIA hat einen großen Wurf gemacht damit, 2007, dieses Coda-System, was im Prinzip ein Compiler ist und eine Art Programmiermodell, frei für alle verfügbar zu machen und hat dadurch einen riesigen Boost bei der GPU-Implementierung von Algorithmen erzeugt. Leute haben wirklich mit großem Aufwand an Personal Algorithmen jetzt auf Coda portiert und NVIDIA hat auch über die Jahre nicht losgelassen, sondern immer weiterentwickelt, auch das Programmiermodell weiterentwickelt, sodass auch viel Support da war und auch viele Applikationen, die von Endanwendern benutzt werden, die vielleicht gar nicht programmieren, sondern nur, das ist nur, das sind zum Beispiel Chemiker sind oder Life-Science-Leute, die eben die Anwendung einsetzen, aber von diesem Performance-Boost von Coda profitieren. Und das war ein sehr intelligenter Schritt von NVIDIA, das so frühzeitig freizugeben und auch über diese langen Jahre zu supporten. Und natürlich gibt es Programmiermodelle, die etwas weiter von der Hardware weg sind. Bei Coda muss ich genau festlegen im Prinzip, was jeder GPU-Thread mit welchem Datenelement tut. Wenn ich es mal verstanden habe, ist das eigentlich kein Problem, aber ich muss mich halt da reinfuchsen. Mittlerweile gibt es auch Programmiermodelle, die weiter oben ansetzen. Können Sie da ein Beispiel nennen? OpenMP zum Beispiel. OpenMP ist eigentlich ein ursprüngliches Threading-Programmiermodell für Shared-Memory-Systeme. Das heißt, ich konnte damit auf Systemen mit mehreren Rechenkernen Thread-parallel rechnen. Also mehrere CPU-Kerne konnten sich die Arbeit teilen und zum Beispiel konnte ich sagen, hier ist eine Schleife, mach sie parallel und OpenMP erlaubt mir das. Und vor einiger Zeit hat OpenMP eine Erweiterung des Standards gemacht, wo man eben auch Beschleuniger damit adressieren kann. Und das ist verwandt sozusagen. Es schaut ähnlich aus wie der CPU-Teil, aber man kann damit eben sogenanntes Offloading machen. Und es ist so flexibel gestaltet, dass sie eben nicht nur GPUs damit adressieren können, sondern auch andere Beschleuniger, die vielleicht völlig unterschiedliche Architekturen haben. Also das meiner Meinung nach ist OpenMP der Way to go für Leute, die sich nicht in die Innereien von CUDA einarbeiten wollen, aber trotzdem Beschleuniger nutzen wollen. Und für Leute, die sich dafür interessieren, wie kann man die denn heranführen? Ich meine, das geht ja über das normale Programmieren mit Python oder Ford oder C oder C++ ein klein wenig hinaus. Aber Sie bieten vielleicht wahrscheinlich auch Kurse hier an oder Sie unterstützen die Leute. Aber wie kommt man da ran? Also jedes Rechenzentrum ab einer gewissen Größe in Deutschland bietet Programmierkurse an. Wie gesagt, ich bin in Leitung von Training und Support. Ich organisiere die Ausbildungsaktivitäten bei uns. Und wir haben zum Beispiel Programmierkurse über CUDA und über OpenMP und viele andere Sachen. Und die sind offiziell verfügbar. Jeder kann sich da anmelden. Alle, die von akademischen Einrichtungen kommen, können an diesen Kursen kostenlos teilnehmen. Und das ist auch für andere Zentren im NRH-Verbund so, auch für kleinere Zentren und auch für die großen Zentren in Stuttgart, Jülich und Garching. Auch die haben ausführliche Kursprogramme in unterschiedlichen Ausrichtungen. Also es ist eigentlich genügend Möglichkeiten da, für Leute, die dieses Wissen benötigen, sich in den nächsten wenigen Monaten einen Kurs auszusuchen, irgendwo in Deutschland und da dann zu lernen, wie man zum Beispiel CUDA programmiert. Gut, die Kurse sind da, aber die Leute, ich meine, man muss sich ja da noch ziemlich reinfuchsen in diese Materie. Und für Wissenschaftler ist das ja manchmal ein bisschen schwierig. Gibt es da nicht irgendwie einen Personalengpass, der da genauso zwischen den Wissenschaftlern sitzt, die diese Software brauchen, aber nicht die Zeit haben, die zu entwickeln und auch nicht die Zeit haben, sich da zu vertiefen in diese Materie? Das ist ein ganz schwieriges Problem. Und in Bayern hat man das sehr frühzeitig erkannt. Im Jahr 2000 wurde hier der erste Bundeshochleistungsrecher installiert im Münchner Rechenzentrum am LRZ. Und damals hat man gesehen, dass es eben nicht reicht, nur die Hardware aufzustellen, sondern der Wissenschaftler draußen im Felde in den Universitäten sozusagen, der muss auch beigebracht bekommen, wie man die programmiert. Und das Problem ist, der Wissenschaftler, zum Beispiel der Doktorand, Doktorandin, die ja Doktorarbeit macht, der soll natürlich Wissenschaft machen. Der soll nicht programmieren. Und schon gar nicht Low-Level programmieren, sodass das möglichst effizient läuft, sondern zum Schluss soll ein wissenschaftliches Ergebnis rauskommen, was normalerweise eben in der Fachwissenschaft ist, Chemie, Physik, irgendwas in der Schönerwissenschaften. Wie bringt man also diese Leute dazu und auch ihre Chefs, die Lehrstuhlchefs, Ressourcen zu allokieren, um diese Systematik zu lernen, um das Programmieren zu lernen, um zu lernen, was Performance bedeutet, wie ich Performance rausbekomme. Und in Bayern gab es dazu ab 2000 die sogenannte Convier-Initiative. Convier steht für Kompetenznetzwerk für wissenschaftliches Hochleistungsrechnen in Bayern. Ganz schön am Ausfall. Und da gibt es Geld, was im großen globalen Zusammenhang gar nicht viel Geld ist, aber es gibt Mittel dafür, um Leute aus ihren Arbeitsgruppen herauszulösen für wenige Wochen oder Monate und zusammen mit dem lokalen Rechenzentrum an so einem Performance-Problem zu arbeiten. Und das war ein extrem, also gemessen an dem Geld, das man da reingesteckt hat über die Jahre, ein extrem erfolgreiches Projekt. Und wir hatten hier viele, oder haben immer noch viele Projekte, es läuft immer noch, viele Projekte, wo Leute einfach sagen, ich habe hier diesen Code, der läuft so, meh, und ich möchte den gerne paralleler machen, effizienter machen, umschreiben und wir helfen denen dabei. Wir machen das nicht als Auftragsarbeit, also wir können nicht für die Leute den Code entwickeln, aber wir können uns bei denen zusammensetzen und ihnen das notwendige Wissen vermitteln, um das selber zu machen. Was natürlich viel besser ist, ja, teacher man, how to fish. Genau. Aber das Problem ist natürlich, dass es über dieses Projekt hinausgehen muss, weil der Bedarf wächst natürlich auch über die Projektdauer hinaus. Und wie kann man denn sicherstellen, dass man das Personal hat oder dass man das Personal hat, andere Leute heranzuführen? Gibt es da Pläne, dass das auch ein bisschen zukunftssicherer wird? Also wir sind hier in Erlangen ziemlich gut aufgestellt mit diesem neuen NHR-Zentrum, weil wir haben die Personalkapazitäten oder ich sollte sagen, wir haben die Mittel, um genügend Personalkapazitäten aufzubauen, um wirklich flächendeckend auch den Support zu leisten. Problem ist, die müssen natürlich auch Leute haben, die hier dann auch am Rechenzentrum die Arbeit machen. Und es ist sehr schwierig, Leute zu finden, die den nötigen Skillset haben. Es muss natürlich jemand sein, der versteht, wie ein Rechner funktioniert, der versteht, was Performance bedeutet, der die Programmiermodelle einigermaßen kennt und so weiter. Und da ist es ziemlich schwer, so Leute zu finden, weil die Konkurrenzsituation ist groß. Wenn jemand die Entscheidung hat, ob er jetzt ans Rechensendrum geht, öffentlicher Dienst, ganz normaler TVL-Kzartigvertrag, oder zu NVIDIA oder zu DeepL oder alle möglichen AI-Startups, wenn es nur ums Geld geht, dann schauen wir schlecht aus. Also wir versuchen, Personal zu bekommen. Das liegt nicht am Funding, weil gerade durch dieses NRR-Konzept tatsächlich das Hochleistungsrecht in Deutschland sehr stark gestützt wurde und genügend Mittel eigentlich da sind, um solche Sachen zu machen, wie zum Beispiel die End-User an die Systeme heranzuführen und auch entsprechend auszubilden. Dann danke ich sehr für Ihre Zeit und für das Gespräch. Das war sehr interessant und alles Gute für die Zukunft. Danke auch. Nach unserem Gespräch hatte Hager mit mir freundlicherweise einen kleinen Rundgang durch das Computermuseum des Rechenzentrums gemacht. Und da gab es ein paar Juwelenstücke zu bewundern, wie zum Beispiel Trommelspeicher oder einen Zuse-Rechner, benannt nach dem Entwickler Konrad Zuse. Diese Maschine, den Zuse Z23-Rechner, wollte das Rechenzentrum nach sehr langer Zeit wieder zum Laufen bringen, was gar nicht so leicht war, von wegen einfach den Schalter drücken, um das Gerät zum Laufen zu bringen. Zum Glück haben sie noch einen ehemaligen Mitarbeiter gefunden, der ihnen dabei geholfen hat. Viele ausgestellten Geräte sind in der Tat ein paar Jahrzehnte alt, was vielleicht viel klingt, aber letztendlich doch nur einen kurzen Zeitraum darstellt. Eine Erinnerung daran, wie viel sich gerade in der Technologie in kürzester Zeit geändert hat und sich weiterhin ändert. Wir nehmen die meisten Rechnertechnologien heute als selbstverständlich hin, wie zum Beispiel Mobiltelefone, die Leistungen haben, von denen man damals eigentlich nur träumen konnte. Also wenn ihr die Gelegenheit habt, mal in ein Computermuseum zu gehen, dann schaut doch einfach mal rein. Zum Schluss, wenn ihr Kommentare zu dieser Folge habt oder einfach nur Hallo sagen wollt, ihr könntet das jetzt über LinkedIn, Mastodon, Matrix, Slack und seit kurzem auch über Blue Sky machen. Sowie natürlich auch E-Mail. Und wenn ihr Code for Thought unterstützen wollt, dann geht doch zu meiner Patreon-Page. Da es jetzt dem Jahresende zugeht, kommt die nächste deutsche Folge von Code for Thought erst am letzten Dienstag im Januar 2025 wieder raus. Die englische und seit September auch französische Version geht noch bis kurz vor Weihnachten weiter. Also, bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören. Oh, schon zu Ende. Aber bevor ich es vergesse, dieses Podcast ist mit der Creative Commons Lizenz versehen. Bis zum nächsten Mal.